FIT IN DEUTSCH 1 Übungssatz 0, 2 Hören Dieser Test hat zwei Teile. Lies zuerst die Aufgaben, höre dann den Text dazu. Teil 1 Du hörst drei Nachrichten am Telefon. Zu jeder Nachricht gibt es Aufgaben. Kreuze an A, B oder C. Du hörst jede Nachricht zweimal. Beispiel Wen ruft Frank an? Hallo Uwe, hier ist Frank. Sag mal, gehst du auch zu der Party von Sabine? Hast du schon ein Geschenk? Ich habe keine Ahnung, was ihr gefällt. Weißt du was? Bitte ruf mich bald an. Danke. Tschüss. Hallo Uwe, hier ist Frank. Sag mal, gehst du auch zu der Party von Sabine? Hast du schon ein Geschenk? Ich habe keine Ahnung, was ihr gefällt. Weißt du was? Bitte ruf mich bald an. Danke. Tschüss. Tschüss. Lies die Aufgaben 1 und 2. Aufgabe 1 Nora kann nicht A zum Schulfest B zum Schwimmen C zum Reiten Aufgabe 2 Sie hat Zeit A am Dienstag B nächsten Donnerstag C Dienstag in zwei Wochen Jetzt hörst du die erste Nachricht am Telefon. Hallo Petra, ich bin's Nora Du, ich kann heute nicht mit dir schwimmen gehen Das tut mir wirklich leid Aber heute wird mein kleiner Bruder fünf Und da muss ich zu Hause bleiben Kindergeburtstag feiern Vielleicht klappt es ja mit dem Schwimmen nächsten Dienstag Hast du da Zeit? Ruf mich bitte schnell zurück Du hörst die erste Nachricht noch einmal Markiere dann die Lösung zur Aufgabe 1 und 2 Hallo Petra, ich bin's Nora Du, ich kann heute nicht mit dir schwimmen gehen Das tut mir wirklich leid Aber heute wird mein kleiner Bruder fünf Und da muss ich zu Hause bleiben Kindergeburtstag feiern Vielleicht klappt es ja mit dem Schwimmen nächsten Dienstag Hast du da Zeit? Ruf mich bitte schnell zurück Lies die Aufgaben 3 und 4 Aufgabe 3 Manuel kommt A mit dem Fahrrad B mit dem Auto C mit dem Bus Jetzt hörst du die zweite Nachricht am Telefon Hallo Alex Manuel hier Eine Frage Du gehst doch auch zu Monas Party Wie kommst du denn da hin? Möchtest du mit uns fahren? Meine Mutter bringt mich mit dem Auto hin Ich spiele nämlich auf der Party den DJ Und ich kann meine vielen CDs nicht auf dem Fahrrad mitnehmen Sag bitte bald Bescheid Du hörst die zweite Nachricht noch einmal Markiere dann die Lösung zur Aufgabe 3 und 4 Hallo Alex Manuel hier Eine Frage Du gehst doch auch zu Monas Party Wie kommst du denn da hin? Möchtest du mit uns fahren? Meine Mutter bringt mich mit dem Auto hin Ich spiele nämlich auf der Party den DJ Und ich kann meine vielen CDs nicht auf dem Fahrrad mitnehmen Sag bitte bald Bescheid Lies die Aufgaben 5 und 6 Aufgabe 5 Paul A. Spielt Klavier B. Spielt Gitarre C. Singt Aufgabe 6 Die Musikschule ist A. Neben der Schule B. Am Bahnhof C. Am Marktplatz Jetzt hörst du die dritte Nachricht am Telefon Hallo Jana Hier spricht Paul Wir haben doch morgen in der Musikschule ein Konzert Und ich spiele sogar ein Solostück am Klavier Also Ich freue mich sehr wenn du kommst Das Konzert ist um 16 Uhr in der Musikschule Die ist direkt am Marktplatz Also hoffentlich bis morgen Also hoffentlich bis morgen Nachricht noch einmal Markiere dann die Lösung zur Aufgabe 5 und 6 Hallo Jana Hier spricht Paul Wir haben doch morgen in der Musikschule ein Konzert Und ich spiele sogar ein Solostück am Klavier Also ich freue mich sehr wenn du kommst Das Konzert ist um 16 Uhr in der Musikschule Die ist direkt am Marktplatz Also hoffentlich bis morgen Teil 2 Du hörst zwei Gespräche Zu jedem Gespräch gibt es Aufgaben Kreuze an Richtig oder falsch Du hörst jedes Gespräch zweimal Beispiel Simone geht mit Klaus ein Eis essen Hallo Simone Wie geht's dir? Hallo Klaus Danke Mir geht's sehr gut Ich habe in Mathematik eine 1 Und deshalb lädt mich meine Mutter heute zum Eisessen ein Na dann herzlichen Glückwunsch Und viel Spaß beim Eisessen Tschüss Tschüss Klaus Hallo Simone Wie geht's dir? Hallo Klaus Danke Mir geht's sehr gut Ich habe in Mathematik eine 1 Und deshalb lädt mich meine Mutter heute zum Eisessen ein Na dann herzlichen Glückwunsch Und viel Spaß beim Eisessen Tschüss Tschüss Klaus Lies die Sätze 7, 8 und 9 Aufgabe 7 Die Englischarbeit war ganz leicht Richtig oder falsch Aufgabe 8 Florian will David helfen Richtig oder falsch Aufgabe 9 Sie treffen sich am Wochenende Richtig oder falsch Jetzt hörst du das erste Gespräch Hallo David Na Wie geht's? Ach Tag Florian Naja Mir geht's nicht so gut Gestern hatte ich eine Englischarbeit Und die Aufgaben waren total schwer Und wenn ich jetzt in Englisch eine schlechte Note bekomme Muss ich die Klasse wiederholen Oh, das ist ja blöd Weißt du was? Ich war doch letztes Jahr in England Und kann jetzt gut Englisch Dann lernen wir doch einfach nächstes Wochenende mal zusammen Dann wird deine nächste Arbeit bestimmt besser Oh ja, das ist super Passt dir Samstagnachmittag um 3? Ja, bestens Gut, dann bis Samstag Und danke Du hörst das erste Gespräch noch einmal Markiere dann für die Sätze 7, 8 und 9 Richtig oder falsch Hallo David Na Wie geht's? Ach Tag Florian Naja Mir geht's nicht so gut Gestern hatte ich eine Englischarbeit Und die Aufgaben waren total schwer Und wenn ich jetzt in Englisch eine schlechte Note bekomme Muss ich die Klasse wiederholen Oh Das ist ja blöd Weißt du was? Ich war doch letztes Jahr in England Und kann jetzt gut Englisch Dann lernen wir doch einfach nächstes Wochenende mal zusammen Dann wird deine nächste Arbeit bestimmt besser Oh ja Das ist super Passt dir Samstagnachmittag um 3? Ja, bestens Gut Dann bis Samstag Und danke Lies die Sätze 10, 11 und 12 Aufgabe 10 Sina und Claudia wohnen in Berlin Richtig oder falsch? Aufgabe 11 Sina feiert heute ihren Geburtstag Richtig oder falsch? Aufgabe 12 Sina ist an Weihnachten zu Hause Richtig oder falsch? Jetzt hörst du das zweite Gespräch Hallo Sina Was machst du denn hier? Ich denke, du wohnst gar nicht mehr in Berlin Hi Claudia Toll, dass ich dich hier treffe Ja klar, ich bin mit meinen Eltern nach Stuttgart gezogen Aber heute feiert meine beste Freundin Geburtstag Da muss ich natürlich dabei sein Und wie geht's dir so in Süddeutschland? Naja, die Landschaft ist toll Aber mir fehlen natürlich meine Freundinnen aus Berlin Du auch Besuch mich doch mal Ja, vielleicht mache ich das wirklich Wie sieht es denn in den Weihnachtsferien aus? Seid ihr da in Stuttgart? Ja, das passt gut Wir sind auf jeden Fall zu Hause Ich freue mich, wenn du kommst Du hörst das zweite Gespräch noch einmal Markiere dann für die Sätze 10, 11 und 12 Richtig oder falsch? Hallo Sina Was machst du denn hier? Ich denke, du wohnst gar nicht mehr in Berlin Hi Claudia Toll, dass ich dich hier treffe Ja klar, ich bin mit meinen Eltern nach Stuttgart gezogen Aber heute feiert meine beste Freundin Geburtstag Da muss ich natürlich dabei sein Und wie geht's dir so in Süddeutschland? Naja, die Landschaft ist toll Aber mir fehlen natürlich meine Freundinnen aus Berlin Du auch Besuch mich doch mal Ja, vielleicht mache ich das wirklich Wie sieht es denn in den Weihnachtsferien aus? Seid ihr da in Stuttgart? Ja, das passt gut Wir sind auf jeden Fall zu Hause Ich freue mich, wenn du kommst Ende des Prüfungsteils hören Hallo Uwe Hier ist Frank Sag mal Gehst du auch zu der Party von Sabine? Hast du schon ein Geschenk? Ich habe keine Ahnung, was ihr gefällt Weißt du was? Bitte ruf mich bald an Danke Tschüss Hallo Petra, ich bin's Nora Du, ich kann heute nicht mit dir schwimmen gehen Das tut mir wirklich leid Aber heute wird mein kleiner Bruder fünf Und da muss ich zu Hause bleiben Kindergeburtstag feiern Vielleicht klappt es ja mit dem Schwimmen nächsten Dienstag Hast du da Zeit? Ruf mich bitte schnell zurück Hallo Alex, Manuel hier Eine Frage Du gehst doch auch zu Monas Party Wie kommst du denn da hin? Möchtest du mit uns fahren? Meine Mutter bringt mich mit dem Auto hin Ich spiele nämlich auf der Party den DJ Und ich kann meine vielen CDs nicht auf dem Fahrrad mitnehmen Sag bitte bald Bescheid Hallo Jana, hier spricht Paul Wir haben doch morgen in der Musikschule ein Konzert Und ich spiele sogar ein Solostück am Klavier Also, ich freue mich sehr, wenn du kommst Das Konzert ist um 16 Uhr in der Musikschule Die ist direkt am Marktplatz Also hoffentlich bis morgen Hallo Simone, wie geht's dir? Hallo Klaus Danke, mir geht's sehr gut Ich habe in Mathematik eine Eins Und deshalb lädt mich meine Mutter heute zum Eisessen ein Na dann herzlichen Glückwunsch Und viel Spaß beim Eisessen Tschüss Tschüss Klaus Hallo David Na, wie geht's? Ach, Tag Florian Naja, mir geht's nicht so gut Gestern hatte ich eine Englischarbeit Und die Aufgaben waren total schwer Und wenn ich jetzt in Englisch eine schlechte Note bekomme Muss ich die Klasse wiederholen Oh, das ist ja blöd Weißt du was? Ich war doch letztes Jahr in England Und kann jetzt gut Englisch Dann lernen wir doch einfach nächstes Wochenende mal zusammen Dann wird deine nächste Arbeit bestimmt besser Oh ja, das ist super Passt dir Samstagnachmittag um drei? Ja, bestens Gut, dann bis Samstag Und danke Hallo Sina, was machst du denn hier? Ich denke, du wohnst gar nicht mehr in Berlin Hi Claudia, toll, dass ich dich hier treffe Ja klar, ich bin mit meinen Eltern nach Stuttgart gezogen Aber heute feiert meine beste Freundin Geburtstag Da muss ich natürlich dabei sein Und wie geht's dir so in Süddeutschland? Naja, die Landschaft ist toll Aber mir fehlen natürlich meine Freundinnen aus Berlin Du auch Besuch mich doch mal Ja, vielleicht mach ich das wirklich Wie sieht es denn in den Weihnachtsferien aus? Seid ihr da in Stuttgart? Ja, das passt gut Wir sind auf jeden Fall zu Hause Ich freue mich, wenn du kommst Hier geht's Warum? Ich freue mich, wenn du kommst Ich freue mich, dass du es Ich freue mich, wenn du zeit проф 오늘은